Hallo! Hey! Hey! Na? Hey! Hallo! Was ist denn hier? Hallo, Paddy und Flo! Na? Hey, das reimt! Hallo, Paddy und Flo! Ah, ein Reimer! Nennt ihn auch Matthias! Genau! Was war denn, wir haben es gerade schon gesagt, jetzt geht ja das Jahr so langsam zu Ende. Was war denn das Tollste in diesem Jahr? Für euch? Als Band? Genau! Nicht prima! Außer uns beiden natürlich! Die Anmoderation von euch! Ja, Schleimer, Schleimer! Schleim, Schleim! Oder vielleicht mal anders gefragt, wir haben ja euren ersten Auftritt dieses Jahr wo erlebt? In Berlin? Ja! In Hamburg! Oder in Köln? Köln! Wie war das? Wie war das? Erzählt doch mal! Oh Mann! Das war so anstrengend! War der zufrieden mit euch? Nein! Im Bauch und so! Es war so schwierig, um einen Ton herauszubringen, weil das war so das erste Mal für uns und das war wirklich gruselig, aber cool! Ja! Aber heute ist cool, heute ist alles gut eingespielt, ihr seid zufrieden mit euch, oder? Du hast eine Entwicklung mitgemacht! Aber ich muss sagen, wir sind immer wieder hinter der Bühne kurz davor so ein bisschen aufgeregt, weil das Publikum ist eben immer anders, man weiß nie, okay, sind die Leute gut drauf heute, sind sie nicht so gut drauf, aber ja, das ist immer wieder schön, wenn die auf der Bühne stehen, dann klappt das immer wieder gut! Und ja, also sind aus Rookies sozusagen Trophies geworden im Laufe des Jahres! Rookies? Rookies? Also Rookie ist so, wenn man... Ja, ja, Anfänger so ein bisschen! Ja, genau! Aber heißt es nicht Rookie, weil es ja zwei Euro sind? Ja, das ist so das deutsche... Achso! Okay! Okay, gut!